wie weiter geht es unterwegs weitermachen ja ich tschüss ich weiß es ist ja ein paar da ist sollen wir da kurz reinkommen jetzt streame im moment täglich mittags 2-3 uhr ungefähr orkkrieger genau ich nehme ich da so ein stündchen jeden tag wenn ihr lust drauf habt wird jetzt ein todesritter machen ja gar nicht irgendwie überhaupt nicht doch lieber mein krieger gemacht der ist jetzt cool mein menschen auf der seite der allianz wird man auch ein haben auf der seite der horde habe ich einen orkkrieger gemacht werden so org die will ich auch die lehren machen also alles klappern alle quiz machen und so weiter und so weiter auch neiderei und zauberkunst schnallerei weil ich größte taschen haben möchte ich nicht mehr kaufen möchte die selber herstellen selber verkaufen große tücher 16 behälter günstigen sehr geschmissen dann wird es auch schon ein bisschen teuer wo ist nicht das problem wirklich nicht vor allem hier geht es nicht alles kein thema noch einer tschüss ich möchte noch zwei ist nur noch ein schwarze bluxer ruhe sehr schön auch fertig so können wir wieder hier raus deckeln jetzt nennen wir erforschen noch hier lang ich weiß wenn ich aber noch ich weiß du 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 das war mir raus kleinen moment bitte das nachschauen ja 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 guck mal nicht so raus so komisch ja wir können ja fliegen das hat mir auch irgendwie sehr einfach gemacht zu fliegen jetzt ganz schnell fliegen kostet 24000 gold ich noch besser gesehen habe ich gar kein problem ja kein problem so was dörter magischer gegenstand leichen fällern nach ja wollte ich immer mal machen das sind so quasi ein bisschen komisch wir haben nie ein paar komische quests zusammen oder scheiße die fühlen die hinterlassenschaften eines wolfes zu suchen nach einem film komisch nix dabei wobei noch eine quest muss man die hinterlassenschaften sammeln ich habe gedacht naja natürlich nicht klar ja logisch ach vielleicht kommen wir zu dir ja jetzt eine leichen das ist das ist das ist das ist das mache ich jetzt noch wenn ich jetzt hier kann mir jetzt hier ewig dauern es können wir einige zeit dauern wer hat sehr viel dabei ist schon soweit nämlich gerade ja mal aber gleich ja ich bin der tote magia ja gut nein tschüss was stoff das war warum gibt mir die pläne endlich fliegen wir den bus oben rauf hier wird finden ein paar mehr auf jetzt ja das kann die ganze folge dauern und sehen wenn ich jetzt finde eigentlich jetzt noch mal die truppen des blauen drachenschwamms beim montieren genau ach so das sind die koordinaten aufgemacht weil ich was gesucht habe die koordinaten muss mich gerade befinde als jemand fragt etwas dafür gibt es ohnehin also gibt es gerne einen haufen auch nur wenn er uns sucht wenn man map ein mp findet das schon einige bei bestimmten favoriten oder so einfach praktisch den erstbesten genommen und fertig das ist auch nicht wirklich wichtig nur manchmal wenn man eine quest sucht wie die funktioniert dann schreiben wir manchmal auch koordinaten dabei und da muss man schon man hat einen haben halt dann sucht man sich eine heiße das ist der nächste 9 was wollen wir alleine jetzt bist nicht mehr alleine und es kommt und natürlich kommen wir er hat er nicht kommen sehen nee 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 das ist eigentlich ach war der ne ja genau au eh ich bin außer reichweite ich habe kein ziel das war es haben wir auch fertig sehr schön da unten hin äh auch noch die 1 magister keldonus töte so dann mach mal den ne da waren wir eben schnell hin jetzt schon ne ne äh 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 hii ist er ja 150 meter und wir sind wieder reich nach 100 meter und wir sind wieder reich nach 100 meter und wir sind wieder reich treib ich kam, sah und der starb äh ich möchte ihn zurück abgeben das ist auch schon 38 und halb das ist auch schon 38 und halb aber es sei denn, es ist Arcanimus oder sch pas name zum вам zum inch var wenn ihr möchtet dass ich in ein anderes gebiet gehe es gibt ja noch einige pandaria drenur etc dann schreibt sie in die kommentare ich gehe erst ab 50 hin also ich brauche dort noch 11,5 level ist es letztendlich egal für 62 natürlich hier ein bisschen rum dann finde ich auch wenn es schick ganz schön also mein großer fabrik ist halt noch aber pandaria sieht sehr schön aus richtig geil gemacht meine meinung mein gott wir verpillen das weg es ist ein Boot jetzt Nicht durch. Abgeben? In Ehem. Magier-Tod? Das war ein Schwert, aber es ist schlechter. Axt auch, ne? Oh, ja, auch schlechter. Auch nur eine hat. 43, 11, 70. Nehmen wir doch. Ich muss sie stark sein, wie sie will, ich nehme sie nicht. Dann geben wir hier noch ein paar Quests ab, ne, und dann machen wir Schluss. Was ist das? Ja, wie ist das? Ich bin jetzt da. Ich sehe die Kost. Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt an der Bedeutung. Ich bin ganz froh. Unsere Zeit wird kommen. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Bleib stehen, Johnny. Hey Johnny, ich rede mit dir. Aha. Der hat mich hier gesehen, ne? Ja. Hier noch eine Quest abgeben, dann haben wir es wohl. Haben wir noch eine ganze Reihe. Was ist offen? Die arbeiten wir ja alle nach und nach ab. Hm? Du noch? Unsere Feinde werden fallen. Leicht Fledder. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Jo, wird kommen, aber nicht heute. Nicht heute und nicht jetzt. Okay Leute, wir machen jetzt den Schluss und sehen wir zur nächsten Folge von B.O.B. Bis dahin, tschö mit Ö.